So, hallo zusammen, ich mache heute auch mal ein Video, das ist das erste, was ich abdrehe. Das ist ein bisschen komisch für mich, aber mal gucken, vielleicht kriegen wir es einigermaßen vernünftig. Also ich wollte euch heute was über die Epoche der Romantik erzählen, die geht von 1795 bis 1848. Und ich wollte euch dazu ein Kunstwerk zeigen und ein Gedicht, damit ihr das so ein bisschen einordnen könnt. Also die Epoche der Romantik verkörpert erstmal eine unstillbare Sehnsucht. Die Menschen gehen raus in die Natur, versuchen da Halt zu finden, irgendwie wieder zu sich selbst zurückzukehren. Und es ist immer so ein bisschen melancholisch und trotzdem, ja, also es wird erzählt von rauschenden Bächen und strömenden Gewässern. Und die Wortwahl ist immer sehr prachtvoll und ausgeschmückt. Und ich lese euch einmal jetzt das Gedicht von Josef von Eichendorff vor. Das Gedicht nennt sich Mondnacht und ist von 1837. Also die Epoche der Romantik geht ja bis 1848 und da kann man schon gut einordnen, dass sich das also genau in dieser Epoche abspielt. Also Mondnacht, Josef von Eichendorff. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nur träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ehren wogten sacht. Es rauschten leise die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Was man auch hier wieder ganz gut merkt an diesem Gedicht ist, dass es total romantisch ist. Die Erde, also es ist ja auch die Epoche der Romantik, aber die Erde wird still geküsst und man träumt und man rauscht, leist durch die Wälder. Also es ist total magisch wirkt es irgendwie und mystisch. Und es holt einen total ab. Man kriegt total Lust wandern zu gehen, sich selber in die Natur zu begeben und sich das anzugucken und einfach dahin zurückzukommen. Das gleiche versucht übrigens auch Caspar David Friedrich mit seinen Werken zu vermitteln. Zum Beispiel Der Wanderer über dem Nebelmeer, das Bild versuche ich euch auch mal jetzt einzublenden. Das Werk ist von 1818, also eher, ja, also gut die Mitte der Romantik, nicht wie Eichendorff, ist ja dann nochmal 20 Jahre später. Und zwar sieht man hier einen Mann, der auf einem Stein steht und ins Nebelmeer blickt. Und das ist ganz typisch für Caspar David Friedrich. In seinen Werken sieht man die Person von hinten, die in die Ferne guckt. Und es soll so dieses Gefühl in meinem Ausleben, dass man gerne an der Stelle des Betrachters, also des Betrachters der Landschaft ist. Man ist ja immer der Betrachter, wenn man sich das Bild anguckt. Aber man will an seiner Stelle stehen und sich auch diese Landschaft angucken und diesen Moment genießen und diese Sehnsucht fühlen, auch in dieser Natur zu stehen und es so wahrzunehmen. Und das will Caspar David Friedrich auslösen, genauso wie Eichendorff, dass man wieder sich auf die Natur zurückbesinnt. Also, nochmal zusammengefasst, die Epoche der Romantik löst es also in uns Menschen aus, dass wir wieder diese Freiheit der Natur fühlen wollen, dass wir in den Urlaub fahren wollen, dass wir Wanderungen machen wollen. Und dass die Künstler dieses Gefühl selber uns vermitteln wollen, dass sie Heimweh haben und trotzdem Fernweh irgendwie sich so festgefahren fühlen und dadurch diese Wanderlust haben und aus ihrem Alltag quasi damit ausbrechen. Das war schon mal eine kurze Einführung zur Epoche der Romantik. Vielleicht ist es noch ganz interessant am Ende, dass ich das jetzt noch sage, zur Zeit des Nationalsozialismus wurde zum Beispiel die Epoche der Romantik total stark kritisiert, weil diese Sehnsucht, die da ausgedrückt wurde, als schwach empfunden wurde und deswegen total kritisiert wurde. Und interessant finde ich hierbei, wie sich der Blick auf diese Epochen so ändern kann über die Jahrzehnte hinweg, weil jetzt sind diese romantischen Gedichte ja durchaus schön und werden auch wertgeschätzt, aber trotzdem kann sich die Wahrnehmung immer wieder verändern und ich finde, da sollte ein wacher Blick drauf bleiben, was für Gedichten, was für einen Wert zugemessen wird und dass man offen bleibt. Also das war schon mal eine kurze Einführung zur Romantik.